Hallo, mein Name ist Andrea Eleonore Wiedel. Ich bin Coach und die Methode, mit der ich arbeite, heißt Emotionale Wunden heilen mit tiefer Empathie. Heute geht es um die Frage, ist tiefe Empathie etwas für dich, wenn du Angst vor Gefühlen hast? Und die Antwort ist, es kommt darauf an. Wenn du also zu den Menschen gehörst, die wenig mit ihren Gefühlen zu tun haben wollen, die also sagen, bei mir passt alles, ich brauche keinen Psychologen, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, ich habe keine Probleme und wenn ich Probleme habe, dann bekomme ich die selber in Griff. Wichtig ist, dass ich in meinem Leben, dass alles außenrum passt, dass ich die Lebensumstände passen und dann passen auch meine Gefühle. Wenn du also zu diesen Menschen gehörst, dann ist tiefe Empathie definitiv nichts für dich. Wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, ja, würde mich interessieren, aber ich habe gehört, da kommen also Gefühle auf mich zu, wenn ich mich hier coachen lasse. Das ist auch richtig, denn warum? Tiefe Empathie führt dazu, dass wir mit unserem verletzten inneren Kind in Kontakt kommen. Und wenn wir in Kontakt sind mit unserem inneren verletzten Kind, dann werden auch diese Gefühle wieder aktiv. Und das sind meistens unangenehme Gefühle. Es ist also tatsächlich nicht selten, dass im Coaching die Coaches starke Gefühle haben, Wut, Trauer, also weinen total herzzerreißend, dass auch körperliche Gefühle auftreten, wie Zittern und Schweißausbrüche, starre. All die Gefühle können ausgelöst werden. Und ich möchte dir die Angst nehmen und Mut machen, dich aufs Coaching einzulassen. Denn warum? Im Coaching mit tiefer Empathie musst du keine Geschichten erzählen. Du musst mir also nicht erzählen, wie schlimm das in deiner Vergangenheit gewesen ist, als du ein Kind gewesen bist. Ich arbeite mit Gefühlen, aber nicht über Sprache. Also schon über Sprache, aber nicht über Geschichten. Also es geht nicht darum, um über die Erfahrungen zu reden. Und dadurch entsteht auch keine Retraumatisierung. Diese Retraumatisierungen entstehen meistens, wenn die Klienten, die Coaches die Vergangenheit erzählen. Also das musst du nicht tun. Dann gibt es auch noch einen intuitiven Selbstschutz der Seele. Das heißt, deine Seele prüft für sich, kann ich Vertrauen haben in dieses Coaching, kann ich Vertrauen haben in die Andrea, kann ich mich darauf einlassen. Und nur dann, wenn sich deine Seele sicher fühlt, wird sie auch die ganzen verdrängten alten Gefühle freigeben. Wenn die Gefühle hochkommen, das ist jetzt so der dritte Punkt, dann bist du nicht allein. Als Kind warst du vermutlich mit diesen ganzen negativen Gefühlen völlig allein und musstest die irgendwie bewältigen. Im Coaching bin ich für dich da. Ich begleite dich bei deinen Gefühlen. Und das mache ich nicht über, wir reden drüber und wir analysieren, sondern es geht nur ums Lassen, ums Zulassen, einen emotionalen Raum zu geben. Und ich mache das ganz achtsam. Ich bin für dich da und du bist nicht allein. Und der vierte Grund ist, dass es sehr gut ist, wenn sich diese Gefühle zeigen. Das sind keine Gefühle, die ad hoc im Coaching entstehen, sondern das sind Gefühle, die du in deinem System, in deiner Seele hast, weil die als Kind entstanden sind. Die gehören in die Kindheit und wenn sich die jetzt im Coaching lösen, dann lösen sich alte innere Blockaden, die dich daran hindern, dein Leben in deiner Fülle zu leben. Das heißt, es ist gut, wenn sich diese Gefühle zeigen, dann können sie sich lösen, dann können sie sich auflösen, dann können sie abfließen. Und mit der Folge, du bist wieder mit deinem mit deinem freudvollen inneren Kind verbunden, hast keine heimlichen Blockaden mehr und du bist wieder verbunden mit ja, mit Glück, mit mit den positiven Energien des inneren Kindes, mit Freude, mit Liebe, Lebensfreude, Neugierde, aktiv in den Kraft haben, Energie haben, genau. Und damit bist du wieder verbunden und das ist das Ziel des Coachings und ich kann dir auch garantieren, dass du da hinkommen wirst und der Weg dahin wird sein, dass es durch diese alten Gefühle hindurch geht. Ja, wenn du neugierig geworden bist auf tiefe Empathie oder noch mehr über emotionale Wunden und Kindheitstrauma wissen willst, unten in der Videobeschreibung gibt es Links, auch einen Link dazu, wo du ein Coaching bei mir buchen kannst und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und wenn du meinen Kanal abonnierst und ansonsten wünsche ich dir eine empathische Zeit. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020